Musik Kennst du deine Schilddrüse eigentlich? Möchtest du alles über ihre Anatomie, Aufgaben und Funktionen erfahren? Ja? Dann bleib jetzt dran! Die Schilddrüse, lateinisch, Glandulatureoidea, ist ein schmetterlingsförmiges Organ und befindet sich im Halsbereich im Bereich deiner Luftröhre. Ihre spezielle Form, ergibt sich aus den beiden Seitenlappen auch genannt, Lobus Dexter und Lobus Sinister, die meist leicht unterschiedlich groß sind. Sie wiegt bei Erwachsenen 18 bis 30 Gramm und ist somit ein ziemliches Leichtgewicht. Bei Frauen ist sie erstaunlicherweise etwas schwerer als bei Männern. Deine Schilddrüse erfüllt wichtige Aufgaben in deinem Körper. Sie dient als Hormonspeicher. Bei der Hormonausschüttung spielt zudem der Hypothalamus eine leitende Rolle. Der Hypothalamus ist eine kleine Region des Gehirns und befindet sich an der Basis des Gehirns, in der Nähe der Hypophyse. In ihm wird der Botenstoff, der H, gebildet auch genannt, Thyreotropin-Releasing-Hormone. Die Hypophyse ist die bekannte Hirnanhangsdrüse und zählt zu den wichtigsten Hormondrüsen im Gehirn. Diese bildet das Hormon, der SH, auch bekannt als Cyroid-Demulating-Hormone, welches folglich die Schilddrüse anregt. Der Hypothalamus ist außerdem verantwortlich für vegetative Funktionen wie die Deregulierung der Körpertemperatur, das Schlafverhalten und das Sexualverhalten, für deinen Kreislauf und die Wasseraufnahme und Nahrungsaufnahme. Er gilt sozusagen als zentrale Stelle, zwischen dem Endokrinensystem und dem Nervensystem und hat die Fähigkeit, durch vorhandene Rezeptoren, die Konzentration der Schilddrüsenhormone im Blut zu messen. Einen geregelten Spiegel an Schilddrüsenhormonen im Blut, bezeichnet man als Eutyreose. Ist der Spiegel zu hoch, wird von Hyperthyreose gesprochen. Bei einem zu niedrigen Spiegel, spricht man von Hyperthyreose. Endokrin in Bezug auf die Drüsensekretion, bedeutet in dem Falle, nach innen abgebend. Okay, nun zurück zur Schilddrüse. Welche Hormone produziert sie? Schilddrüsenhormone sind zwei Hormone, die von der Schilddrüse produziert und freigesetzt werden, nämlich Triothyronin, also T3 und Syroxin genannt, T4. Ich bin mir sicher, dass du davon schon gehört hast. Viele Frauen mit Schilddrüsenproblemen, bekommen diese vom Arzt verschrieben, jedoch gibt es hier viele Wege um dies zu vermeiden, doch darauf gehe ich dann in späteren Episoden ein. T3 und T4 bestehen teilweise aus Jod. Triothyronin und Syroxin, sind Tyrosin-basierte Hormone, die hauptsächlich für die Regulierung des Stoffwechsels von Bedeutung sind. Deine Schilddrüsen nimmst zudem enormen Einfluss, auf dein tägliches Energieniveau, dein Gewicht, auf die Erscheinung deiner Haut, deiner Nägel und Haare. Die gebildeten Schilddrüsenhormone erweitern deine Blutgefäße und regulieren deinen Blutdruck. Durch sie wird der Fettstoffwechsel und der Bindegewebsstoffwechsel aktiviert, sowie die Nierentätigkeit und die Darmtätigkeit und außerdem werden durch sie die Schweißdriesen und Talgdriesen deiner Haut animiert. Hinzu kommt die Einwirkung auf deine Muskelkraft, Insulinproduktion, Kohlenhydratstoffwechsel und deine Herzaktivität. Welche Lebensmittel liebt deine Schilddrüse und welche Erfindung unserer modernen Zeit, hast sie besonders? Dann folge mir gern bei den nächsten Episoden. Zitat des Tages, ein Organ so klein und zart, aber doch so machtvoll.